Ein Baby zu bekommen ist der Beginn von etwas Wunderbarem. Das Knappschaftskrankenhaus Dortmund im Klinikum Westfalen unterstützt Sie dabei. Unser Team in der Frauenklinik des Knappschaftskrankenhauses Dortmund bereitet Sie auf die Geburt vor. Mit fundiertem Wissen und praktischen Übungen klären Sie unsere Hebammen über Vorgänge in der Schwangerschaft auf und bauen Unsicherheit im Hinblick auf die Entbindung ab. In unserer Elternschule bieten wir Schwangeren Kurse an, damit sie ihren Körper entspannen können. Wir garantieren darüber hinaus eine erstklassige medizinische Betreuung. Dazu gehören Vorsorgemaßnahmen wie Ultraschall- oder Herztonuntersuchungen. Wir überlassen die Leitung der Geburt unserem erfahrenen Hebammen-Team. Bei uns wird ein ärztlicher Geburtshilfe nur hinzugezogen, wenn er unbedingt gebraucht wird. Durch diese Maßnahmen und unsere interventionsarme Geburtshilfe ist es uns gelungen, die Kaiserschnittfrequenz auf ein Minimum zu begrenzen. Das Geburtshilfe-Team im Knappschaftskrankenhaus Dortmund will für Sie während der Geburtsvorbereitung dort ein zweites Zuhause schaffen. Hebammen sprechen mit Ihnen gerne und vertraulich über Ihre Sorgen und über Fragen, die während der Schwangerschaft auftauchen. Bei Infoabenden und Kreissaalführungen können Sie sich bereits im Vorfeld mit den Räumlichkeiten vertraut machen. Denn die Geburt im Kreissaal soll in einer für Sie möglichst angenehmen Atmosphäre verlaufen. Eine besondere Tradition bei uns? Für Ihr Neugeborenes bereiten unsere Hebammen eine Holzsonne vor, auf der Name, Geburtsdatum und ein Fußabdruck verewigt werden. Unsere Hebammen sind selbstverständlich auch nach der Geburt für Sie da und betreuen Ihr Neugeborenes, damit Sie Ruhe und Entspannung finden. Die Zusammenarbeit der angestellten Hebammen mit den Beleghebammen hat sich bei uns über Jahre bewährt. Bei uns können sich die Eltern mit der Hebamme sanft auf die Geburt vorbereiten. Hierdurch ist es uns gelungen, die Geburtenzahl in den letzten zehn Jahren zu verdoppeln. Bereits wenige Tage nach der Geburt beginnt für Sie und Ihr Kind ein neuer Lebensabschnitt. Sie verlassen gemeinsam das Knappschaftskrankenhaus Dortmund und freuen sich auf die Zeit zu Hause. Und auf viele unvergessliche Momente, die Sie als frischgebackene Eltern mit Ihrem Kind erleben werden. In der ersten Zeit mit Ihrem neuen Familienmitglied tauchen häufig Fragen auf. Zögern Sie nicht, darüber zu sprechen. Zum Beispiel im Elterncafé, das unsere Elternschule jeden Mittwoch im Bistrozimmer der Geburtsstation anbietet. Während Ihre Kinder spielen, können Sie sich mit anderen Eltern austauschen. Ein Wiedersehen mit Ärzten und Hebammen gibt es beim Sonnenfest. Dort erhalten alle Eltern, deren Kinder im Knappschaftskrankenhaus zur Welt gekommen sind, ihre persönlichen Holzsonnen ausgehändigt, die bei der Geburt angefertigt wurden. Damit wünschen Ihnen die Hebammen und das gesamte Team der Frauenklinik im Knappschaftskrankenhaus Dortmund alles Gute für den weiteren Lebensweg Ihres Kindes. Untertitelung des ZDF für funk, 2017